Hallo, moin, moin, ich bin Andreas, na, ihr esst leckere Sachen. Wir sind ein gutes Team, oder? Ja. Das war für mich ein unglaubliches Erlebnis hier in der Paul-Golt-Schmidt-Schule. Zum einen zu sehen, mit wie viel Engagement, mit welcher Professionalität hier die Kinder betreut und unterrichtet werden. Und zwar Kinder, die es wirklich schwer haben, weil sie viele und zum Teil schwere Beeinträchtigungen haben. Jetzt, sieh mal, hörst du, das bist du. Ich war richtig gern hier, es hat mir große Freude gemacht. Ich fand es klasse, wie viel gelacht wird in den Klassen. Und ich habe gedacht, Mann, das ist eine ganz tolle Schulatmosphäre. Die unterstützt die Kinder darin, dass sie sich tatsächlich weiterentwickeln können. Das war ein richtig tolles Gefühl. Und noch mal winken, es war so schön auf Wiedersehen. Das war keine Sander.